Seniorenfreundlichkeit Produktvielfalt Hohe Qualität Und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Attribute zeichnen den exklusiven Zirkel von Unternehmen aus, die sich mit dem Gütesiegel des Deutschen Seniorenlotsen schmücken dürfen. Bestehend aus Beiräten, Medienpartnern und Senioren gewährleistet der Initiativkreis des Deutschen Seniorenlotsen die hohen qualitativen Maßstäbe von Produkten und Dienstleistungen dieser Unternehmen. Nur Firmen, von denen der Initiativkreis zutiefst überzeugt ist, werden mit dem Gütesiegel des Deutschen Seniorenlotsen zertifiziert. Dem Internetwegweiser für die Generation 50+.